Gregorius oder der gute Sünder ist eine in Versen verfasste mittelhochdeutsche höfische Legende von Hartmann von Auef, welche um 1186 bis 1190 datiert wird und auf einer französischen Vorlage eines unbekannten Autors basiert. Inhalt im Prolog des Gregorius entwickelt Hartmann allgemeine theologische Gedanken über Schuld und Buße. Herausgehoben ist seine Warnung vor dem Zwiebel und die Darstellung des biblischen Samariter-Gleichnisses. Dieses vermengt er mit anderen biblischen Gleichnissen und deren zeitgenössischen Auslegung. Außerdem warnt er vor dem Wirtstens, worunter wohl die Sünde der Präsumptio zu verstehen ist. Die eigentliche Erzählung beginnt mit der Vorgeschichte des ammen Sünders, nämlich der Biografie seiner Eltern. Der Herr des Landes Aquitanien, der nach dem Tod seiner Gattin seine zwei Kinder allein aufzuziehen hat, gerät selbst unerwartet auf das Sterbebett und wird hier von Reue erfasst, die Tochter nicht versorgt zu haben. So empfiehlt er das Heil der Tochter dem Sohn und präfiguriert so den Inzest der beiden, zu dem die Einflüsterungen des Teufels noch beitragen. Die Frucht des geschwisterlichen Beischlafes ist dann das später Gregorius genannte Kind, das auf den Rat eines väterlichen Freundes in einen Kasten gesteckt wird und in einem Kahn auf das Meer geschickt wird, auf das Gott es gemäß seiner Bestimmung verderben lasse oder an ein fernes Ufer treibe, wo es gerettet werde. Derweil begibt sich der Bruder auf einen Kreuzzug und stirbt. Zu dem Knaben im Kasten werden aber 20 Mark Gold und eine Tafel beigelegt, die die vornehme Herkunft des Kindes bescheinigt. Das weitere Heranwachsen des Kindes wird nun in Vers 9231824 beschrieben. Der Knabe wird auf eine Kanalinsel getrieben und von dem Abt eines Klosters aus dem Wasser gefischt und in die Obhut einer Fischerfamilie gegeben. Derweil der Geistliche selbst die Erziehung und auch die Taufe des Gregorius übernimmt. Eine umfangreiche Bildung des Knaben und auch einige argumentative Finden des Abtes vermögen jedoch nicht zu verhindern, dass der herangereifte Knabe, statt sich in den Stand der Geistlichkeit zu fügen, Ritter werden will, was aber auch daher kommt, dass er von seiner sündigen Herkunft erfuhr. Der Standeswechsel wird aber mit der Übergabe der Herkunftstafel belastet, wurde mit den Wassermotiven, die an den biblischen Jonah und deutlicher noch an Moses erinnerten, noch eine Heilswendung in Aussicht gestellt. Verfertigt sich mit dem Verlassen des Klosters nun erst einmal das Oedipale-Inzest-Motiv des Eingangsberichts. Die Verse 1825 bis 2750 berichten, wie der Jungritter eine Stadt von einem Belagerer befreit, dass es sich bei der Herrin der Stadt, die als allein regierende Frau so die Begehrlichkeit eines Römerherzogs geweckt hatte, um die Mutter des Gregorius handelt, ist schon mit den Versen 899 bis 922 aufgedeckt worden, so dass die Verfertigung des Schicksals sich sichtig bleibt. Der um seine Ehe bemühte Gregorius stellt sich so dem Zweikampf mit dem Belagerer und Freit, nachdem er diesen gewonnen hat, die Herrin der Stadt, die so zu seiner Gattin wird. Erst eine Magd entdeckt das Geheimnis des neuen Herren, der seine auf der mitgeführten Tafel dokumentierte Abkunft täglich beweint und verrät dies an ihre Herrin, die so erfährt, dass sie Mutter und Gattin desselben Mannes ist. Die Reue wegen der Tat, die für die Mutter zudem eine Wiederholungsdat ist, fordert empfindlichere Bußen. Während die zuvor schon einem christlichen Lebenswandel zu geneigte Mutter nun vollends den Schleier nimmt und auf Hab und Gut verzichtet, zieht sich Gregorius auf einen Felsen zurück, auf den er sich von einem Fischer ketten lässt. Die Phase 27513136 beschreiben diese ungewöhnlich scharfe und über 17 Jahre währende Buße. Nach dem Tod des Papstes in Rom erscheint der Herr den zwei als Papstnachfolger favorisierten Kardinälen und verkündet ihnen einen heiligen Mann, der auf einer Insel in Aquitanien lebe, als nächsten Papst bestimmt zu haben. Die Phase 31373740 berichten, wie der Erwählte gesucht und gefunden wird. Der Romreise, Papstkrönung und Lossprechung der Mutter schließt sich dann noch ein resümierende und vermeintlich falsche Schlussfolgerungen ab während der Epilog. An Rezeption, Überlieferung und Leserinteresse der Gregorius ist in sechs Handschriften und fünf Fragmenten von der Mitte des 13. bis ins 15. Jahrhundert überliefert, die mehrheitlich dem oberdeutschen Sprachraum angehören. Nur vom Iwein gibt es unter den Werken Hartmanns mehr Textzeugen. Nur zwei Textzeugen überliefern allerdings auch den Prolog des Gregorius. Alle Kordizes sind sorgfältig ausgeführt, illustrierte Repräsentationshandschriften sind jedoch nicht darunter. Der Prolog fehlt in den beiden ältesten und in der jüngsten Handschrift, ansonsten ist die Überlieferung relativ konstant. Die vollständigen Abschriften finden sich alle in Sammelhandschriften, die höfische Eben aus dem historisch-heilsgeschichtlichen Bereich überliefern, wie Strickers Karl oder Seifritz Alexander oder in Kombination mit höfischer Versdidaktik Freidangs und des Winsbecken. Ab dem 14. Jahrhundert wird der Gregorius auch mit Legenden und anderen geistlichen Texten überliefert. Nur in Handschrift B findet sich mit Konrads von Würzburg Alexius eine ähnliche höfische Verslegende. Stoffe, die als fiktiv verstanden wurden, sind nicht in die Sammelhandschriften aufgenommen worden, ein klares Indiz dafür, dass auch die Gregorius-Erzählung als Realität aufgefasst wurde. Auch die anderen Romane Hartmanns gehören nicht zur Mitüberlieferung des Gregorius-Bearbeitungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Der Gregorius wurde bis 1450 in drei lateinischen und zwei deutschen Adaptionen verarbeitet. Bedeutend ist insbesondere die lateinische Bearbeitung Arnolds von Lübeck ab des Johannes-Klosters in Lübeck. Seine Gestarr Gregori Ipeccatores entstanden bereits zwischen 1210 und 1213 im Auftrag des Welfenherzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg. Arnold veränderte vor allem die leihenhaften theologischen Aussagen des höfischen Dichters zum Teil stark. Seit etwa 1330 ist der Stoff in ganz Europa durch die Aufnahme in die Exempelsammlung Gestarr Romanorum verbreitet gewesen. Die Gregorius-Legende geht wahrscheinlich eher auf den altfranzösischen Gregor zurück als auf Hartmanns Text. Eine lateinische Sammelhandschrift aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verarbeitet den Gregorius in 453 Hexametern. Um 1300 entstand ein deutsches Plenar, in dem die Legende als Exempel an eine Predigt gekoppelt wurde. Das Plenar wurde 1492 in Lübeck und später mehrfach in Basel gedruckt. In einer Prosa-Version ging Hartmanns Werk in die populärste deutsche Legendensammlung der Heiligen Leben ein. Der Gregorius wird hier dem 28. November zugeordnet. Noch 1692 nimmt der Kapuziner Pater Martin von Koch im diese Fassung in sein außerlesenes Storybuch auf. Über den Weg des Predigtexempels gelangte sie im 18. Jahrhundert in die Sphäre des Volksbuches. In einer Zürcher Handschrift des 15. Jahrhunderts gelangte der Gregorius in einen anderen Überlieferungskontext. Die Zusammenstellung weltlich erbaulicher Unterhaltungsliteratur mit der Willeheim-Trilogie, der Prosa-Version des Georgs von Reinbot von Thurn und anderen Texten aus den Gestarr-Romanorum und des Schacht-Sabelbuches von Konrad von Ammenhausen, steht im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Ritter-Renaissance, die einer vergangenen höfischen Kultur nachtrachtet. Aus dem 15. Jahrhundert ist eine Buchanzeige aus der Schreibwerkstatt des Sibold-Lauber überliefert, die eine Handschrift von Sante Gregorius dem Sunda zum Kauf anbietet. Welche Version sich dahinter verbarg, ist heute nicht mehr festzustellen. Editions Geschichte seit Lachmanns Gregorius Ausgabe von 1838 wird Handschrift A als Leithandschrift genutzt. Die nur noch in Abschriften vorliegende Handschrift B wurde jedoch zunehmend für die Texterstellung herangezogen, so von Burkhard Wachinger, der 1984 die Edition der Altdeutsche Textbibliothek neu bearbeitete. Diese war erstmals 1882 von Hermann Paul herausgegeben und seit 1929 von Albert Leitzmann, ab 1959 von Ludwig Wolf mehrfach überarbeitet worden. 2004 idierte Volker Mertens den Gregorius für die Bibliothek deutscher Klassiker neu. Moderne Bearbeitungen Mit der Romantik wurde das Interesse an den alten Volksbüchern wach. Und auch der Gregorius wurde 1839 von Karl Simrock in eine Kompilation für jeden gefühlvollen Leser aufgenommen. In der Neuzeit bearbeitete Franz Kuckler den Gregorius in einer Ballade, die Karl Löwe als fünfsätzige Legende für Gesang und Klavier vertonte. Die bei weitem bedeutendste Bearbeitung erfuhr das Hartmann-Schehwerk in dem Roman Der Erwählte von Thomas Mann. Das Düsseldorfer Theater der Klänge erarbeitete 2004 aus den beiden Stoffen von Hartmann von Aue und Thomas Mann die Theaterfassung Gregorius auf. Dem Stein 2012 folgt die Verfilmung dieses Stoffes durch das Theater der Klänge – Klangfilm. 2. 2. 3. 4. 9. 10. 10. Vielen Dank.